SWR 1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops. Früher gab es königliche Hoflieferanten. Heute heißt sowas Official Supplier. Beim Berliner Filmfestival, der Berlinale, ist das Deutsche Weininstitut der offizielle Lieferant. Damit vermeidet die Werbeeinrichtung für den deutschen Wein das Pinot Grigio und Shampoos fließen, wenn der rote Teppich ausgerollt wird. Da gibt es stattdessen auch für die internationalen Stars einen Einblick in die heimische Weinszene. 20 verschiedene sind im Angebot. Und wir testen den Spätburgunder Trocken mit dem schönen Namen Paranoia. Vom Weingut Bergdolt, Reif und Nett, aus Neustadt-Duttweiler in der Pfalz. Kostet bei verschiedenen Versendern im Internet 8,50 Euro. Genießen wie die Filmstars den Flaschenanhänger, den gibt es extra dazu. Paranoia ist nach Lexikon Verfolgungswahn. Wie auch immer so ein Weinname zustande kommt, im Film Catch-22 heißt es immerhin Bezug nehmend auf die komplizierte Denkweise Paranoider. Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Zum Wein. Dunkles Rubinrot, jugendlich ungestüm, sticht er erstmal in der Nase. Der braucht viel Luft, ehe er sich öffnet und mehr zeigt. Kassis und Nelken etwa. Auf der Zunge ist er aber schon sehr zugänglich und trotzdem kühlfruchtig mit klaren Kanten. Kirschfrucht und ein durchaus burgundisch strenger Charakter, der mit einer Spurrestsüße rund und fleischig gemacht ist. Durchaus geeignet für die Stehparty zur Premiere. Prima Kompase drängt sich nicht in den Vordergrund, macht dabei eine schöne Kulisse und lässt die Hauptdarsteller einfach gut aussehen. Paranoia Spätburgunder Trocken vom Weingut Bergdolt Reif und Nett aus der Pfalz im Internet 8,50 Euro. Der Weinmann SWR 1 Rheinland-Pfalz